Firma Superbüller 2! Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit weniger guter Stimme, aber dafür hoffentlich umso besserem Feuerwerk. Ich hab mal wieder bestellt bei PyroWeb und wir machen heute ein Speed-Unboxing. Hab ich so noch nie gemacht und wir schauen einfach mal, was sich hier so drin verbirgt, Leute. Ihr wisst ganz genau Bescheid, wenn ihr Feuerwerk euch zu nach Hause bestellen wollt. Einfach mal erster Link in der Beschreibung abchecken, da bekommt ihr nochmal 10% auf eure gesamte Bestellung. Wenn ihr über diesen Link bestellt, beziehungsweise am Ende Gutscheincode Manager 10. Ihr bekommt 10% Rabatt auf alles und ich würde sagen, let's go! So, da haben wir hier als erstes Plakate, also Speed-Unboxing geht gleich los. Erstmal Plakate, ganz in Ruhe auspacken, bevor wir irgendwas kaputt machen. Das sind im Prinzip zwei Poster, die ich mir bestellt habe. Boah! Die kamen auch gar nicht direkt aus Älterlein geschickt, sondern aus einem externen Merchandise-Versandlager. Ich war im Stadion gewesen, deswegen diese Stimme. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist ein XL800 Smoke Bomb. Kann ich nur sehr empfehlen. Ich hoffe, ich habe davon auch welche bestellt. Weil ich bin euch ehrlich, ich habe die Bestellung schon vor drei Monaten getätigt. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, was ich bestellt habe, bis auf das hier. Da habe ich mich dann jetzt auch dran erinnert, erst als ich es jetzt wieder gesehen habe. Auch das war gar nicht mehr in meinem Kopf. Das war auch so der Hauptgrund dieser Bestellung. Und genau das zweite Plakat, voll vergessen. Das finde ich irgendwie, glaube ich, fast sogar noch geiler. Da haben wir nämlich hier eine aufgeschnittene Shell. Das wurde, glaube ich, in Malta aufgenommen, von Bertram wahrscheinlich, mit seiner guten Kamera. Props gehen raus auf jeden Fall für dieses schöne Bild. Und diese Poster werden sich irgendwann auf jeden Fall, spätestens in der neuen Wohnung irgendwann, im Büro, im neuen Gaming Room, Arbeitszimmer, wird das dann seinen Platz finden. Sehr, sehr geil. Okay, Leute. Und jetzt geht es los mit dem Speed Unboxing, hauptsächlich wegen einem Short, was wir jetzt drehen werden. Aber ich will es nicht doppelt drehen, deswegen seht ihr jetzt diese Verrücktheit hier auch im Video. Let's go. Firework! Speed Unboxing von Pyroweb! Ich lasse es im Video einfach so laufen. Pyrorauch XL800! Ich habe die perfekte Stimme jetzt für dieses Short. Schaut euch, wie gesagt, erstmal das Short auf Instagram an und lasst dann auch, wenn ihr schon dabei seid, mal ein kostenloses Follow da. Wir haben hier tatsächlich den Pyrorauch XL800 in gelb, grün, nochmal in grün, in lila und in lila. Okay, kein blau, dafür habe ich aber in blau hier die mitgenommen. Ich glaube, weil die in blau teurer waren, die XR100, habe ich die hier mitgenommen von Agento und grün nochmal. Das war es auch schon mit dem 1S Karton, Account. Zweiter Karton! Miniscream Rockets! Römische Lichter von Funke! Anzind Lichter von Funke! Anzind Lichter von Funke! Hot! Expression! China Böller B! China Böller D! Gleich noch ein zweites Mal! Jetzt haben wir hier nochmal ein XXL Karton. Wie gesagt, entschuldigt hier dieses einmal andere Unboxing. Ja, das ist, weil wir, wie gesagt, noch einen Short für Instagram aufnehmen. Checkt an der Stelle mal gerne Instagram ab und dann schaut euch das mal an, was daraus geworden ist. Dritter Karton! Boah, ganz viele Batterien! Boah, Junge, was ein Ding! Funken beide Rotblinker! Und eine Agento-Batterie! Die ETH! Boah, und richtig geil, Leute! Die Golden Spider! Bestes Ding, Alter! Ich sag's euch! Einmal nur schön! Ihr merkt, Leute, bei Shorts, Instagram Reels, TikTok, das ist alles noch viel mehr Fake als YouTube-Videos. So, und jetzt geht's hier weiter. Wir haben nur noch zwei dicke Kartons. Hier wissen wir ja eigentlich schon alle, was drin ist. Deswegen machen wir jetzt den nochmal als erstes auf, bevor wir dann nochmal den letzten uns anschauen. Vorletzter Karton! Vorletzter Karton! Die Leute, die sich jetzt das Video anschauen, die werden wirklich denken, was geht bei dem eigentlich ab? Oh, Leute! Oh, ja! Oh, ja! Was haben wir denn da? Vier mal Superbüller 2! Und jetzt nochmal für's Short! Boah! 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 Vier mal Superbüller 2! Boah! Boah! Oh mein Gott! Das ist ein... Boah! 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 Und, Leute, das letzte, auch leider schon letzte! Paket für heute ist. Vielleicht ein Verbund, man weiß es nicht. Sieht zumindest irgendwie so aus. Von Magnum. Schauen wir einfach mal. Letzter Karton! Ist das krank. XXL Magnum-Verbund. Ihr habt es gehört, Leute. Es ist ein Magnum-Verbund. Wir haben hier, ich glaube, ein Kilo NM. Das sind zumindest zwei dicke Klopper. Ansonsten war das eine Bestellung, die mich sehr verausgabt hat und 1.000 Euro ungefähr gekostet hat. Gebt gerne einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann, wenn wir das alles verzünden werden. Ich habe meinen Spaß und ihr hoffentlich auch. Könnt gerne bestellen. Wie gesagt, über den Link in der Beschreibung spart ihr nochmal 10% auf alles auf mein... Hau da rein und ciao! Firework! Speed-Unboxing von Pyrowep. Pyro-Rauch XL800. Mini-Scream-Rockets. Römische Lichter von Funke. Expression. China-Böller D. Golden Spider. Vorletzter Karton. Firma Superböller 2. Letzter Karton. XXL Magnum-Verbund. XXL Magnum-Verbund.